hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier doch im arsch sehe gerade hier sehen auch noch nicht doch jetzt kommt er und rolle machen so ich fahre jetzt immer so fährt nur 49 ich habe einen kurs hier zu einstellen funktionieren sollte aber ich muss selber noch hinfahren dass er da weiter ja auch fährt man selbst das klappt die A3 abholen also im Prinzip oben fällt dann beladen falls und dann kundin sollte falls oder muck unten rechts also wie gesagt naja den da muss er haben und dann soll es funktionieren und ich werde in Richtung Fetten wo 49 fahren und den da einstellen wo es muck benötigt ist dann kann er gleich weitermachen gerade die BGH wieder vollgemacht ich denke mal ich kann riskieren wir können auch 5 einstellen und so den Tag über die Runden pingen wenn er heute nachts halb haben soll ohne halb so lange arbeiten wie jetzt das kacktallzeit ist in der Gärer sagen wir nicht so genau das kann er auch wo auch was hier er kann die BGH entsprechend ein bisschen verarbeiten in der Zeit wieder komplett und dann geht er ganz viel voran wir werden den nächsten Tag getrunken für der Aussage mit GAPS und morgen umgehen da könnten wir loslegen wir haben jetzt die halbe Zeit und die Felder sind jetzt noch abgeändert bis auf ja wie gesagt Dornblume habe ich noch und ich habe noch 3 Toppenfelder und einen habe ich Rübenfeld bei Rübenfeld überlege ich mir noch ein großes ein großes Feld zu kaufen wenn das Geld so reicht die entscheidende Frage schaffe ich mal was wir verkaufen oder auch nicht das ist das ganze von wenn ich immer meine Mäh verkaufen kann meine nächste Doppel oder über 4 dann kriegt auch noch was weg verletzt würde ich eigentlich einen Minder verkaufen vielleicht kann ich noch ein bisschen Stroh an die sind da aber wie gesagt mit Freude mit der Minderung nicht sein wollen das ist Freude macht ziemlich viel Arbeit und da kriege ich die über eine Kriere oder 3 ja heute ist Klippwoch und morgen ist ein Wester ja für viele ist es ja so dass die Minderung nicht knallt werden kann weil Verkauf nicht geht das Problem ist sie wollen sie nicht haben weil die Krankenhäuser befürchten eine Überforderung äh äh der Überlegung der Betten was ich persönlich so sagen müsste äh die Befürchtung an sich ist äh äh der Stuss weil auf gut Deutsch die haben es lange gewusst immer die richtige Zeit verkehrt denn wenn sie unbedingt jetzt äh Probleme haben also dann hätten sie schon im Sommer anfangen können mit Ausbau der Betten wegen Corona das hätte man machen können und was wichtig ist sie hätten die Löhne deutlich erhöhen können und die Prämie bringen ist ja schön und gut aber auf die Prämie ist halt nur einmalig dann und darauf will da keiner haben ne es geht darum dass man ja regelmäßig was bekommt das ist der entsprechende Punkt so Abfahrer einstellen an dem Punkt muss wichtig sein und dann Übergabe Baudreif ja dann muss das klappen da hätte man das Personalprinzip das abgewandert ist weil es zu wenig Geld gibt oder zu blöde Arbeitszeiten sind und man hat sich dann diese äh nicht nicht rentiert da hätte man sagen können okay wir erhöhen die Löhne deutlich durch Personal die es arbeiten muss ne also die immer Nachtschicht haben und so ne oder so ne dann hätte man da auch schon was machen können ne Lohntechnik aber das haben sie auch nicht gemacht und von daher sei mal so äh es ist gar nicht gewollt also das ist nur eine Ausrede äh gut es macht eine Einrichtung zu sein dass belastet ist aber wie gesagt wenn Krankenhäuser privat geführt werden und nach Gewinn arbeiten müssen dann werden sie nie genug äh betten Reserven haben weil Reserven heißt ja in den Augenblick äh totes Kapital ne und das kann nicht funktionieren ja wir machen weiter äh ja Arion ist fertig die Wiese ist durchgekalkt okay ich will mal gucken ob wir noch mehr kalken müssen das ist jetzt äh Wachstum ja okay die Gruppe also die sind ja bestellt also ich muss mal gucken ob ich die Wiesen machen muss ja die Wiese auf jeden Fall da fahren wir da hin das sieht mir so komisch aus hier obwohl er kalt hat ne so entlassen fahr ich den mal auf Feldnummer 24 rüber ne ja da fahren wir so lang ja und wer kein Geld ausgeben will muss in die Wunder die Betten leer sein also äh nicht zu wenig hat ne das ist leider so ich sag mal so gewisse Dinge ist ja äh das sehe ich mal als Daseinsvorsorge vom Staat das heißt Strom Wasser Abwasser das muss funktionieren das kann man nicht privat machen das geht nicht das funktioniert nicht und wenn einer was äh privat verkauft wird also angeneinander würde Wasserversorgung verkaufen an einem privaten Unternehmen das äh der wird nicht investieren unnötigerweise denn der will ja am Ende Gewinn machen das heißt äh wenn das Wasser halbwegs noch läuft wird er da nichts ausbauen äh erneuern oder reparieren also das kann privat nicht funktionieren und zweitens wird er den äh er hat es ja mal gekauft oder er oder sie ist egal äh und der wird ja sehen aha das muss er jetzt äh wieder rein das Geld machen also würde die Gebühren entsprechend erhöhen ja und das ist kann privat nicht funktionieren das kann nur kommunal hinhauen das muss die öffentliche Hand bezahlen zu gerechten Löhnen zu gerechten Löhnen wie gesagt das ist ja so das soll ja gerecht entlohnt werden ne das soll doch jeder davon leben können ne ist ja so jeder soll sein Geld bekommen und das wir brauchen doch halt mal ne ist ja halt so natürlich darf keine äh Horrorlöhne gezahlt werden zum Beispiel oder hier dass sie sich alles Geld zu sanzen ne Promotion und so das tut ich nicht aber wie gesagt äh der Mitarbeiter der das macht mit der Arbeit und sollen schon ihr gutes Geld bekommen ne ja ja fahr auf 24 und dann wieder los und dann ist Krankenhaus auch genau das gleiche das muss vorhanden sein nix ja auch nichts klar kann es sein bei bestimmten Situationen dass es extrem voll wird aber das sollte eigentlich nicht so sein ich hatte vor vor langer Zeit mal eine OP gehabt im Nägel entfährt also kommt dann bei der Wien war gewesen im Januar alles gemacht alles getan noch OP und so ne keine OP ungefähr und ja ich lag dort schon zwei Tage im Krankenhaus und hatte dann entsprechend äh also die Nachbehandlung kann man sagen also über Prinzip nur und der Aufsicht ja als OP kann immer was sein dass äh das nicht funktioniert ne ja jedenfalls wie dazu ist nach ein paar Tagen kam die Krankenfeste und fragte mich ob das okay wäre wenn ich ein Haus gehen würde ich sag klar wenn das äh machbar ist ne ja da hatten die äh schon mal Stress weil zu viele Patienten kamen weiß ich keine Ahnung was haben sie starke Belegungen und da kann man sehen die Krankenhäuser sind alle am Limit ne mehr oder weniger das äh ist auch ungünstig auf Dauer so 40 bis 20 Jahre oder das hat man entsprechend äh das hat man auch 19 Meter nehmen können ne Holger hat das so gemacht zurück zurück jetzt werde ich auch gleich mal hier äh speichern mit äh äh und wir können nochmal starten äh aber speichern können wir schon sehen starten dann müssen wir dann am Ende immer kommen wir rum kommen wir rum über mir wird geklopft bis zum pizeln hehehe feichern ich habe heute klar auch einfach heute wie das vorgenommen zum Mittag mache ich etwas besonderes da mache ich nur Nudel drin Polonese, Perktis und dann noch durch. Dann bereite ich heute Abend die Ente für morgen vor. Und dann gibt es dann morgen Ente zum ersten Feiertag. Das hatte ich sowieso gemacht. Ab dem Freitag war nicht da, also völlig egal. Im Herz ist mal eine Zeit des Beflügels, der Ente. So, hier habe ich auch die eigene Stelle verliefert. Was gucken hier? Eigentlich ja. Ist ja nicht geändert worden, ne? Ich habe ja was gewohren. Eingeklappt ist es jetzt. Gut. Erstmal fertig. Unser Fantastik, wo ist der? Der ist da oben. Da hat es ja geklappt. Da habe ich jetzt mal Verlass drauf. Dann lassen wir drauf. Viertnummer 49. Da gehen wir da rein. Da müssen wir wechseln. Da brauchen wir ein bisschen. Dann machen wir unsere Gärreste. Der sollte jetzt normalerweise auch funktionieren. Also sei der, er führt keinen Punkt zurück. Also zum Feldrand normalerweise ist ja ein Kurs eingefahren und der hat mehrere Ausfahrten. Also von daher sollte es funktionieren. So BGH war es gewesen, ne? Klärwerk, BGH. Ja. Ja, da kann die BGH nicht arbeiten. Dann kann er Blocking machen, ne? Gut. Meine Fehler. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich da an einem Modus unter einigen Kurs zu breit ist, ne? Also. Ist jetzt ungünstig, aber gut. So. Jetzt können wir gleich mal ausklappen, weil wir haben die lange Brauung führen, ne? Hier weiter. Wie gesagt, äh, Stickstoffmangel haben wir garantiert. Das ist aktiv rot. Und Gärreste haben wir halt da, ne? So. V. Okay. Ah, jetzt funktioniert. Jetzt hat es nicht funktioniert oder ich wollte nicht, äh, sich ausleeren. Bei manuell fahren, da muss ich, äh, extra einen Helfer einstellen oder Kursplayfahrer einführen, ne? Und das ist ja ein ungünstig, ne? Wenn man das selber fahren will. Bei dem neuen Modus macht es ja das so, dass es automatisch da und da, wo es fehlt, entsprechend einstellt, automatisch. Und wenn da, wo man schon gemacht hat, ja, eigentlich nichts hin, obwohl es auch nicht ganz stimmt. Einiges habe ich noch nicht gescannt, äh, da habe ich noch mit 30, äh, mit 2, 30 Meter gemacht. Das sind sehr, sehr wenig. Da dauert mal für Ewigkeiten dafür, also habe ich gleich mal umgeändert. Äh, hatte ja schon seinen Livestream mit kleinen Hinweis gegeben. Und gleich mir sofort gemerkt, dass es da und da zu finden ist, also weil ich das Prinzip mache, äh, das nicht findet und nicht funktioniert. Da habe ich ganz gerne die, äh, die Möglichkeit nochmal nachzuschauen. Das klappt ja ganz gut, äh, da muss man wissen, um, wo das gesagt wurde und dann geht auch. Da habe ich alles geändert, im Radius, das ist größer gemacht, ein bisschen, ne? Ein klein bisschen. Und der will schon in sieben Folgen sehen, auch jetzt scannt man die Felder, ne? Aber ich hoffe mal, dass es da so ein, äh, so ein Map gibt und, sofern, der praktisch, äh, das so macht, dass man im Prinzip die Firma hat und die man beauftragt. Dann, äh, scanne man jetzt mal, äh, die Felder so und so. Und dann, äh, wird nach und nach, äh, gescannt. Ob der Fahrer damit fährt, auch nicht, hat es mir egal, aber jedenfalls, äh, vom Ende, im Prinzip die Felder gescannt hat, ne? Und dann ist das, wundeperfekt. So wäre so ein bisschen das Vorteil. Denn, äh, denkt man, so wie jeder Bauer wird auch nicht das Personal haben, um das alles allein machen zu können. Äh, deswegen denken wir aber, wird er auch sowas, äh, extern machen lassen. Und die Firmen, wenn dann mehrere Firmen, äh, die, die können viel profitabler arbeiten, weil die, äh, im Prinzip voll ausgelassen sind. Das ist der Labor halt selber die Proben nicht, ne? Abgesprochen mit Labor, Auftrag raus und dann, schreibt er halt die Rechnung, ne? Dann braucht der Bauer ja keine Geräte dafür haben und, ähm, dann macht's halt die externe Firma, dann ist gut. Und so muss auch eigentlich hier dann auch funktionieren. So ist halt immer am besten vor. Denn das Dingeln kann ich ja rein gleich machen, so viel ist viel zu viel. Da hat ja Arbeit aus. Die Zeit haben wir gar nicht. Gut, wir können die Jahreszeiten, ja, mehrere Tage einschauen. Dann gehen wir mal. Ja, hier mit dem Vorspray, da bist du ein bisschen. Weil da nimmt ja immer den kürzesten Weg, ne? Das ist, hab gerade Kalk geholt. Hehehehe. Das, äh, hat das vorhin nicht funktioniert. Klar, da geht's eben weiter. Also im Grunde, äh, würde ich eher, wenn ich nochmal einfahren würde, würde ich nicht ändern, wenn man dann vom Prinzip, dass man vom Prinzip erstmal die Kurse einfertigt durchfahrt und dann gehen die Kurse rein, abzweigen, ne? Das ist, glaube ich, krüger. Wenn der Auto dreifelt immer den kürzesten Weg, ne? Und das heißt, wenn da der Weg dann kürzer ist, wie, dann fährt er da lang, ne? Ich glaube, das ist dann irgendwie 1 und 2 jetzt halt. Ich weiß es auch nicht. Wenn der gerade hingeschickt wurde und der macht voll, ja, dann steht er da, ne? Gar nicht durch, ne? Die BGA braucht irgendwie nichts. Damit die Geld verdienen, ne? So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Eingl. Denn da habe ich ja auch einen Kurs und da ist der Weg, weil Abladen größer. Und dann wird automatisch da lang. Weil einige Kurse fahren halt auch mit der BGH. Ich weiß nicht warum. Das ist der kürzere Weg und dann... So, liebe Schubschauer, das soll es ein Aufschwungsleute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reitschauen. Tschüss, tschau, 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 tschau. Tschüss.